Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars. Ne, 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 wieder ganz alleine. Hm, nicht wundern, dass ich Schluckauf hab und ein bisschen erkältet bin und nur ein bisschen zuteil rede, weil ich Schluckauf hab. Einmal muss da reinkommen. Heute ist es 8 Uhr und ich nehme auf. Ja, dann muss ich noch das ganze schneiden und so. Dann muss es auch noch ein bisschen, bis die Folge jetzt rauskommt. Und, ja, meine lieben Damen und Herren, ähm, wir warten letzte, ja, ja, wir warten letzte noch. Bis hier, dann sehen wir uns beim kleinen Cat wieder. So, Leute, da sind wir auch wieder. So, jetzt mal richtig Positionation. Hoffentlich seht ihr auch was. Okay. Ähm, wir spielen hier auf der Paluten-Map. Ähm, vielleicht wird okay. Hi. Ähm, und zwar, wir werden erstmal heute ein bisschen Bad Wars spielen auf GOMA-Server. Nämlich, heute werden wir als Spielen aufnehmen. Ach, ich bin blöd, warum mach ich denn die Fesse? Ähm, man, warum springe ich? Ähm, 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 ähm. Nicht weiter nach oben gehen, sonst werden wir wieder geschlafen, wenn wir aufprallen. Wollt ihr weiter hoch? Wenn ja. Ne, braucht ihr nicht. Nein, nicht weiter hoch, nicht weiter hoch, sonst kriegen wir mehr damage. Bro. Und das ist ja kein Schwer, dass keine Spielen aus dem Skewerpunkt sind. um noch nicht von wertschirm da machen wir mal eine rüstung dann bauen wir unser Bett ein mit dem Karton ich hab' ich unten unsere Gemeinschaftstour hin, die man so oder so durchkramen kann zack zack und zwar meine lieben Damen und Herren wir werden jetzt erst mal ein bisschen Bronze holen und dann werden wir anschließend in den Mittelpunkt gehen das sind da fahren bisschen davon ich bin jetzt noch der einzige der hier auf unserer Insel gebracht ich brauche nur noch das passende Equip dafür ein bisschen Apples jetzt habe ich 50 jetzt habe ich 50 so 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 auch scheiße aber und ich hatte auch wenig Leben gehabt auch wenn man nicht dachte ich könnte ja ausradieren war aber leider nicht so die Erkrankung die werden wahrscheinlich besser kommt sein als ich da in der set of counts und mit der ganzen eisen läuft bei ihnen um mit einem hat der eisen nicht keiner hat mir geholfen also auch die die Welt die Welt auch scheiße, scheiße, scheiße ach, ähm ich dachte ich könnte jetzt noch mal eine pvp-Skills rausholen ähm äh, was wurde ich gerade? egal ähm so wir werden jetzt rrrr erst nur so bitti die das war auf kardort fotze und jetzt in dem daumen meine äpsel, alter so mongomar bitte 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 komm da raus komm da raus und fritz mich mit eisen voll das kann ein bisschen falsch müsste man so eine skywurst folgen machen und dies zum bett was bei bett was dauert ewig lang und ja leute damit würde ich den pappen und dann schauen sagen